Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy X. Heute wird es wohl darum gehen, erstmal so ein bisschen hier die Insel B'Sai zu erkunden, zusammen mit dem Mokka. Und... boah, wir schauen uns. Ich bin gespannt. Wir laufen erst mal gegen die Wand. Schön. Sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön aus. Oh, wie fies. Oh ja, da würde ich auch gerne schwimmen gehen. Oh, unter Wasserkämpfe. Zusammen mit Mokka. Okay. Okay. Das ist so ein Kinderspiel. Ach, ja, genau, wir haben ja noch ein Sphero-Level, was wir noch einsetzen müssen. Okay, dann gehen wir mal aufs Sphero-Brett mit Tidus und bewegen ihn um eins. Genau. Und jetzt können wir nämlich einen Kraftzyrien benutzen und die Abwehrkraft stellt um eins. Perfekt. Äh, ja, das ist so ein bisschen. Okay. Weiter jetzt. Ha, ich wusste es doch. Hier war eine Truhe. Hallo? Also du sollst hier auch hier, ne? Nein. Zack, bumm. Zack, bumm. Okay. Ja. Versuchen wir jetzt nochmal in die Kiste ranzukommen. Öffnest du sie bitte jetzt? Sag mal. So. Jetzt. Okay, eine Heat Potion. Wir schwimmen lassen da so rum. Ja. Und natürlich wieder. Kiranias? Ja. Das geht rucki zur Rie. Okay, weiter geht's. Alles ganz genau absuchen wegen möglicher Kisten. Kiste? Nee. Okay. Okay. Ja, heute sind sehr viele Pyranias unterwegs. Na komm schon. Und Schiff. Na komm schon. Aber jetzt. Gut. Weiter geht's. Aha. Ich hab da noch schöne Truhe gesehen. Na komm. Zweimal Antidote halten. Die sind für dann gut, wenn wir beispielsweise vergiftet sind. Was hier? Und schackabum. Und schackabum. Schackabucke. Beide am Sphero-Level gestiegen. Das heißt, wir können jetzt beide auf dem Sphero-Brett bewegen. Okay. Äh. Ja. Bitte einmal bewegen. Äh. Nein. 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 Das nicht. Sondern. Recht so. Nein. Wir wollen nach da. Genau. Bewegen. Nochmal. So. Jetzt. Genau. Jetzt können wir wieder einen Kraft-Sphéro-Rien einsetzen. Und damit ist auch die Angriffskraft, um eins zu stehen. Okay. So. Das sind wir jetzt bei Walker. Wir bewegen uns. Ähm. Ja. Genau. Wir können ja bloß hier lang erst mal. Okay. Wir benutzen einen Spheroiden. Und damit steigt das Geschick um zwei. Okay. So. Ach. Mein Arm krabbelt. Was? Wie ist das? Oh. Die haben es nicht gerangen, hier hast ja auch wieder aufgefangen. Bis ja. Oh. 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 Okay, die Tickets. Ah! Let me go! Got a favor to ask you. You want me on your team, right? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge. I'm sure someone there will recognize you. Then, you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on! Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? I thought then, that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkin had in common. I wasn't too far off either. Tja, ganz so einfach wie sich das der Wokke vorstellt, wird's aber nicht werden. This is where I was born. I started Blitz when I was five. I joined the Aurochs at 13, ten years ago. Ten years. And we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. Ten years without a single win will do that. Hmm. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. As long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No, 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 no. If I say, what's our goal? You say, victory! When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Ja, ne? Wenn man schon mal dabei ist, kann man sich auch gleich den Pokal holen beim Blitzball. Hat er schon nicht unrecht. Ganz oder gar nicht. Ah, the one from the sea. Be on guard. There are Fiends on the road today. After surviving your run-in with sin, it would be a shame, if something happened. Have it now. Who are they? Luzu and Gata. Crusaders. Huh? Cruise of what? What? You forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cop. Cool. About the Crusaders? You can ask them yourself. They got a lodge in the village. So, so, die Bürgerwehr. Da bin ich mal gespannt, was wir über die noch erfahren. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Hmm. Alright. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? Wissen wir noch, wie man ein Gebet spricht? Ist mir ein Fallen. Gebet, kann man das essen? Ja, kann man das essen? Of course I'd never prayed before in my life. Not that he would know that. You must have forgotten or something. Here, I'll show you. Go ahead, you try. Hmm. Hmm. Not bad. Okay, now. Go present yourself to the Temple Summoner. Any Blitzball player would know that prayer. It was the Blitzball sign for victory. Not bad. Dann gucken wir uns mal um und quatschen mal mit den Leuten hier. Nicht allein rausgehen, okay? Hallo, Roma. Ich mag's ja. Holland. Äh, nein. Oha. Ohaland? Am liebsten erinnert mich an meinen verstaubenen Mann. Okay. Äh, Kinder. Ein Tor. Mit Phoenix-Federn zum Wiederbeleben, falls wir im Kampf mal besiegt werden. Wer bist du? Sin ist in den nahen Gewässern aufgetaucht. Das ist schlecht. Die Leaky liegt bald ab. Die Einwohner von Bisset leben ganz nach den Leitsätzen von, äh, ganz nach den Leitsätzen von, äh, ganz nach den Leitsätzen Jebens. Sie bringen sogar mir, einer Priesterin, vieles bei. Das ist wieder die Oma, wer bist du? Bleib lieber im Schatten, sonst kriegst du noch eine Leitschlacke. Ich kann mir vorstellen, dass es da ganz schön warm ist. Der geht da rein. Na gut. Abweppeln wir uns mal von hinten nach vorne. Äh, hier war jetzt... Ne, hier war nichts mehr. Gehen wir mal hier rein. Ob die Orks dieses Jahr wieder nicht weiter schaffen als bis zur ersten Runde? Hoffentlich können sie wenigstens einen Unentschieden herausschlagen. Wer weiß. So. Ach, okay, hier können wir Items kaufen. Was können wir denn hier schon so alles kaufen? Potions, Phoenix-Federn und Antidot. Sieben, vier, vier. Wir haben 709 Gier. Ach, ich lasse es erst mal. Wir kriegen dann noch durch die Kämpfe genug. Wir ehren sie uns wieder. Natürlich. Okay. Ach, guck mal, hier sind die Truhe. Kann man die aufmachen? Tatsache. Eine Heat Potion. 400 Gier und... Zweimal Potion. Alles klar. Dann gehen wir hier rein. Ach, das sind Blutz und Gatter. Hey, du. Hey, du. Du warst von Sin, nicht wahr? Recently, war es das? Ich glaube, so. Also, Sin kann nicht weit weg, nicht wahr? Du bist nicht schüttet, was du? Warum würde ich? Wenn Sin ist nahe, wird es sicher attackiert die Isle. Aber es hat nicht. Ich frage, warum. Ich bin sorry. Ich weiß wirklich nichts. Ich weiß gar nicht, was die Crusader sind. Du bist schüttet, nicht wahr? Sin, der Toxin. Ich muss ihm sagen, wer wir sind. Ja, Herr. Die Crusader sind besagt, um Sin zu kämpfen. Wir haben Kapitel über Spira, akzeptieren alle, die uns in unsere Herausforderung interessiert. Der Hero Miehen hat die Crusader, 800 Jahre altdem, als die Crimson Blades. Later, unsere Ranks grew, und wir kalteten uns die Crusader. Wir haben die Schüttelung gefeiert. Wir haben die Schüttelung, seitdem wir. Was? Du hast die Schüttelung, 800 Jahre altdem? Und du noch nicht veranlst es? Well, we've steered Sin away from towns many times And that's all we can do Nobody's ever been able to defeat it Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's toxin really this bad, sir? It does seem rather bad We could just tell you, but I think it better for you to try and remember Go pray at the temple Perhaps Yevon will help you regain your memory Gut, damit wissen wir jetzt also auch, wer die Bürgerwehr ist und was sie tun Die Unterkunft der Bürgerwehr ist auch für Reisende, du glaubst, willst du übernachten? Ja, nachher vielleicht jetzt nicht, jetzt wollen wir uns ja erstmal weiter um den Zaun Ach, das ist, okay, ja, ist mein Lernprogramm, Grundbegriffe und alles Aber da ich das Spiel ja nicht zum ersten Mal spiele, kann ich auch Alles unterwegs erklären Mieze-Katze Mieze-Katze Ist hier irgendwas zu holen? Wer bist du? Um Sin zu entkommen, sind wir weit gereist Aber einen sicheren Ort gibt es nicht Wir sollten es besser aufgeben Okay Oh, natürlich speichern Jawohl Eine Mieze-Katze Eine seltsam aussehende Mieze-Katze Ist hier noch irgendwas zu holen? Ne, sieht nicht so aus Okay Dann gehen wir wieder raus Und gehen mal nach Da, ja Ach, kommen wir mal hier rein Wer bist du denn? Was machst du da? Solange ich hier lebe, wird nichts an den Traditionen der Weberei rütteln Aha, eine Weberei Okay Was sagst du hier? Wer bist du? Hallo? Wer bist du? Ich will mit dir reden Hallo Unsere Bisset-Weberei-Produkte finden auch auf dem Festland anklang Okay Das Dorf, in dem ich geboren wurde, ist von Sin ausradiert worden Ach, hier ganz vorne haben wir noch eins Jetzt gucken wir uns noch einen Seltsame Kleidung, woher kommst du? Du bist neu hier in Bisset, oder? Boah, kann man so sagen Man sagt, du seist aus dem Meer gekommen Lutz hat's mir erzählt Ach Du musst dem Meer Du bist dem Meer entsprungen Quasi Da ist Wokka Okay Ja, achso, ja, 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 natürlich, natürlich, natürlich Wir müssen noch hinterher in den Tempel gehen Und ne Runde beten Ist hier alles so riesig und Boah, das sieht so schön aus Jetzt macht, was macht ihr denn hier? Was macht ihr hier? Wer bist du denn? Woher kommst du denn? Aus dem Meer? Soll ich den Oraks oder lieber zur Bürgerwehr? Das ist dir überlassen Oh, ich will hier hin Ja, wenn es die Stütze unseres Lebens Ohne die Leitsätze würden wir die Angst vor Sinn nicht ertragen Okay Hallo, ich will da lang Da Bleib lieber im Schatten Achso, ja, sonst kriegen wir den Hitzschlag Genau, die hat mir ja erst schon Okay Es war dann, stand in that place Ganz schön Krass Als ich noch klein war Hat es in mein Dorf angegriffen Es wurde im Erdboden gleich gemacht Ich habe heute noch Albträume Es verstößt gegen die Leitsätze Leute beim Gebet zu stören 10 Jahre lang Als Lord Broska wurde High Summoner Und letztendlich bekommen wir eine Statue für unsere Tempel. Was ist ein High Summoner? Ich bin zu nahe zu Sinnen... Toxin. Es war lustig, mich zu hören, zu machen, die gleiche Rede zu machen. Aber es war lustig und ein bisschen schrecklich. Die Summoner sind die Praktikonierer von eine Heilige Art, zu schützen, um die Menschen von Yevon zu schützen. Nur ein paar gewählt werden die Summoner, die auf die Enten von großartigem Wettbewerb, die Aeons. Die Aeons hören unsere Bedeutung und kommen zu uns. Sie sind die Schmutzung von Yevon. Also, was er bedeutet... Ja, so kann man es natürlich auch ausdrücken, weil es auch nicht ganz nett klingt. Okay. Gehen wir mal hier hinten rein. In den alten Schriften steht nichts über eine Heilmethode für Sinsgift. Wenn du von Yevon gesegnet bist, wirst du das Gift vielleicht los. Okay. Bete, damit du entgiftet wirst. Das machen wir gleich. Können wir noch ein bisschen umschauen. Okay. Hier haben wir... Nichts. Nein. Okay. 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 Bitte, bitte, lasst die Orocs wenigstens ein Tor schießen. Mit Sicherheit. Bitte, bitte, lasst uns nicht auf Sinn treffen. Da habe ich schon mit dem hier gesprochen. Ich glaube nicht. Bitte, bitte, lasst das Gift echt weggehen. Ich will bis zur Offensive wieder gesund sein. So. Gehen wir hier hoch. Außer der Garde darf niemand in die Hallen der Prüfung. Okay. Dann... Müssen wir jetzt da rausgehen? Bete, damit du entgiftet wirst. Ja. Ich kann uns die Statuen hier nicht quatschen. Dann... Gehen wir einfach mal wieder raus. Gehen wir nochmal zu Uokau. Na gut. Ich habe mich noch mal wieder rausgezogen. Gehen wir mal wieder rausgehen. Es ist bereits ein Tag bereits. Vielleicht können Sie uns suchen. Die Leute suchen ihn jetzt. Danke. Wer weiß, ob er wieder kommt oder nicht. Aber er könnte sterben. Okay, lass ihn! Du... Du... Du erinnerst ihn so? Aber wenn er stirbt, du kannst ihn nie sagen, wie viel du ihn erinnerst. Tuck! Waka? Sein Vater ist also damals auf mysteriöse Weise verschwunden. Und Tidus war es vollkommen egal, weil er seinen Vater über alles hasst. Ich frag mich aber auch bloß, warum? Waka ist weg! Mal sehen. Wir haben auch noch eine Soll es nicht gegen die Sölde gehen. Waka? Soll es nicht gegen die Sölde gehen? Bis zum nächsten Mal.